Der, 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 okay, Sam will da aber nicht weiter, ne Sam will da nicht weiter, also ich kann da nicht, ich kann da nicht, kannst du nicht runterziehen, ne, okay, also ich könnte hoch jetzt, natürlich, ich könnte hier hochgehen, oh, warte, oh, fuck, der sieht das sogar von der Seite, alter, der hätte das sogar gesehen hier oben, wo ich ganz links auf der Seite bin, wir müssen die Typen da oben, beide gleich, also ich geh mal hier hinten auf der anderen Seite hoch, ja, ich weiß nur nicht, wenn du den da runterziehst, muss ich erst ein Stück laufen, bis ich bei dem anderen Typen bin, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ich hab grad, ne, ich probier mal grad was, es könnte sein, ich könnte versuchen, hinter den LKW zu kommen, dass wir das, ähm, das schießen, ich hab was, ich hab was rausgefunden, warte mal, ich bin jetzt, ich könnte genau hinter den anderen kommen, wenn, dann müsstest du nur von hinten kommen einfach und den anderen ausschalten, der Sniper sieht das nicht, wow, da wär ich fast ein Dick geworden, ich könnte den exekutieren, die den runter, sag mir aber Bescheid, wann du's machst, also ich könnte von hier aus, könnte ich jetzt Hauptziel gefangen nehmen, hä, gefangen nehmen? Ja, oder töten, oder? Ne, der steht nur gefangen nehmen. Was? Die, die trennen sich, die trennen sich. Sehr gut. Du kannst jetzt bei dir den einen platt machen eigentlich und ich könnte den anderen platt machen. Zieh den runter. Nice. Ich geh zum Sniper. Wie kann ich den denn killen? Achso, ich fixiere den, okay. So, wir haben alle. Hahaha, nice. Boah, das fand ich geil jetzt. So, äh, Sprengstoff platzieren. Ja. Machen wir mal. Mach du mal bei dem anderen. Ja. Ja. Erste Ladung platziert. Machen wir mal fett. Äh, sollten wir nicht von der Brücke runter? Ach, Quatsch. Aktiviert ihr das? Äh. Ich denke, wir kriegen Anweisung oder... Oder wir sind tot. Gut. Explosionsbereich verlassen. Ja, okay. Da unten muss man hin. Okay. Hä? Wie kommen wir denn hin? Oh, Alter, links rum. Hier hin. Da unten irgendwo Gegner? Oh ja, das sieht mir eigentlich so aus, oder? Nee, gerade. Also, ich sehe hier... Wohl. Nee, hier ist keiner. Okay. Perfekt. Auf die Mikro. Team Command wartet. Nice. Dann sind wir durch. Yes. Jawohl. Hahaha. Okay, das mit dem Sniper war geil. Die anderen in Drohne zeigen, dass der Konvoi zerstört wurde. Gute Arbeit. Fang gerade erst an. Sag die Grenzpatrouille von uns, wir haben geschehen. Würlich, aber wir waren nie dort. Oh, jetzt kennen wir ja irgendwann diesen gemeinsamen Durchbruch. Ja. Wir haben natürlich jetzt nicht unten drunter geguckt. Ziemlich befeuert, in so einer Gegend größere Transaktionen abzuwickeln. Außer der korrupten Polizei ist hier niemand. Der Schmuggler-Ideal. Sam hat recht. Eine gute Ausgangsbasis. Okay. Überzeugt. Wie werden wir vorgehen? Die Schmuggler haben sich daran gewöhnt, hier das Sagen zu haben. Ihre Wachen sind nachlässig geworden. Greift aus seiner unerwarteten Position an. Geht rein, klaut die Daten. Ganz einfach. Ja. Wir rechnen nur mit Irren auf Pickup-Trucks. Werden Sie sich wundern, wenn wir kommen. Nice. Die Stimme ist so geil, ey. Oh ja. Oh, ich wünsche mir mal wieder einen guten Film mit Nicolas Cage, ehrlich. In dem Moment fällt mir das gerade mal wieder auf, dass ich echt schon lange keinen mehr mitgetreten habe, wo der gut war. So. Ach, man kann gar nicht durchgucken, oder? Wisst ihr eigentlich, warum dieser Durchbruch so besonders für uns ist? Weil wir den meistens benutzt haben, um die scheiß Abstürze zu kaschieren. Oh ja. Nur mal so ein kleiner Insider. Oh, warte mal. Ah, hier sind die. Aber es gibt auch keine Dingens. Ne, ne, das machst du im Hauptmenü. Okay. Das geht hier also nicht mehr. Oh, Drahtseilen. Nice. Ich habe doch Drahtseil-Kills, habe ich schon gesehen. Cool, ey. Ich finde aber ehrlich gesagt, ich finde die super cool aufgemacht, die Mission, ehrlich gesagt. Also, das finde ich schon besser als beim letzten Koop, muss ich sagen. Alt, um Ziele zu markieren. Ich sehe noch keine Gegner, oder? Gibt es, äh... Also, wenn wir die Seile benutzen, kommst du unten aus und nicht oben. Dann sind wir in unterschiedlichen Gebäuden. Du kannst ja die Treppe hoch gehen. Ja, komm. Probieren wir einfach mal. Los geht's. Ich warte auf dich. In Ordnung. Vorwärts. Nice. Achte mal darauf, ob da unten einer steht. Den kannst du dann auch mit E, äh, platt machen. Okay, bei mir ist X. Ja, ja, also mit, mit der Aktionstaste oder sowas. So, ich guck mal hier ins Haus rein. Ich hab eben gar nicht... Lol. Das sieht ein bisschen krisseliger übrigens aus. Vorsicht, du bist entdeckt, Vorsicht. Was? Wurde es gerade entdeckt, ganz kurz, so, war zumindest so ein... Oder irgendwas wurde da gerade entdeckt, ich weiß nicht genau was. Ich was? Lol. Lol. Aber von wo? Ach, das ist... Moment, ist da ein Hund? Ne. Da ist ein Typ. Den hab ich markiert. Der hat... Da oben ist ein Sniper. Der... Der snipet hier runter. Ich geh mal wieder zurück zu dir. Das ist scheiße hier unten, glaub ich. Also hier in dem Gebäude seh ich niemanden. Ja, hier unten ist... Ist direkt ein Typ, ne, der kontrolliert hier die ganze Zeit. Ich komm mal gerade hoch. Könnte zwar auch so sein. Ich mein, gut, wenn die schon zwei Wege vorschreiben. Achso, du bist... Du musst auch aufpassen. Ich hab festgestellt, äh, war das letzte Mal... Ja, da war es ja auch so, wenn du Licht ausmachst, dann... Oho, wieso ist Licht aus? Ich geh mal gucken. Achso, ja gut, aber das find ich ja... Find ich eigentlich ganz gut, dass die das machen. Jaja. Also... Ich seh bis jetzt nur den Sniper und den, den du markiert hast. Okay, den Sniper... Moment, kann man den markieren? Ich hab den markiert. Oh, lol, hier ist auch noch einer. Ne, da ist nämlich noch einer. Den kann ich aber nicht markieren. Da ist noch ein Sniper, siehst du den nicht? Ne. Hier, komm mal zu mir hin, ans Fenster, einfach mal ans Fenster da bei dir. Im Haus. Dann siehst du den gegenüber. Der steht hier rechts in dem Gebäude drin. Oh, lol, ja, jetzt seh ich auch den Strahl erst. Ja, Ding. Das ist der, der mich eben unten gesehen hätte. Oh, da unten ist noch einer. Da, ja, genau der. Das ist ein Hund. Nein! Den ich gerade markiert hab, da unten in der Scheune. Stimmt. Oh Gott. Ja, okay, gegen Hunde kann man erstmal nicht so viel machen, wenn der nahe kommt. Ne, Hunde muss abknallen. Tut mir zwar jedes Mal in der Seele weh, aber... Lol, ist der... Wenn das heißt ich oder Hund, dann... Boah, ich doch... Da kommt was hoch, da kommt was hoch. Der Hund, mach den weg. Ich kann den nicht weg machen. Der läuft unten rein. Der hat dich aber nicht gesehen, der hat dich nicht gesehen. Machst du einen platt? Nice. Das ist aber nicht der Hund gewesen. Ne, ne, der Hund ist... Der Hund ist noch unten, der hat nur Alarm geschlagen. Das war eigentlich gar nicht schlechter, älter Schwede. Habe ich gerade schon ganz kurz ein Tötchen gemacht, muss ich sagen. Wie viele Sniper sind das? Sind das zwei oder einer? Zwei. Okay. Einer guckt in die Richtung, wo ich jetzt bin. Also die gucken sozusagen über Kreuz. Okay. Der eine ist der, den ich oben markiert hab. Okay. Warte mal, nämlich... Ich könnte eigentlich... Also den Sniper, den anderen könnte ich... Warte, warte. Er kommt an die Treppe hoch. Er kommt an die Treppe hoch. Nein. Der Hund sucht nach uns. Du musst den platt machen, du musst den platt machen. Alter, das ist... Der kommt... Da kommt jetzt noch... Ja, der ist lautloser Kill. Hinter dir? Der kommt einer, Vorsicht! Äh, ich hab ihn gesehen. Er hat den toten Hund gefunden. Mach den mal weg. Ich hör was. Hier kommen welche. Boah, jetzt bräuchte ich die Sicht. Ich brauch die Sicht. Da ist einer da unten. Der läuft jetzt im Waffenmodus. Der läuft schon mit gezogener Waffe rum. Da ist noch einer. Der kommt jetzt hier runter. Der kommt jetzt hier hoch. Der hat mich gesehen. Kampfkill. Scheiße. Weg hier. Ich hab noch einen Stealth gemacht. Das blöde bei den Koop-Missionen war auch irgendwie, ähm... Toll. Alter, hier steht bei mir direkt einer vor der Türe mit dem Helm. Nein. Scheiße. Den hab ich gerade markiert. Der steht direkt hier vor der Türe und schießt auf die Türe. Wenn ich jetzt hier reingehe... Komm doch mal raus. Das wär viel geiler. Kann ich nicht hier irgendwo rein? Türe aufmachen oder so? Was ist denn hier Steuerung? Um gemeinsam Ausschalten anzufordern. Ach nee. Komm ich hier irgendwie in den Raum rein? Ich hab ein Sniperblatt gemacht. Nice. Der in rechten? Ja, der, der, der hinten den Strahl komplett durch, die komplette Karte zieht. Der eine zieht ja nur aufs Haus, aber ich wurde irgendwie entdeckt, glaub ich. Die sind jetzt halt auch im Kampfmodus. Der hat mich irgendwie gehört. Ja, das sind die ja sowieso, weil ich entdeckt worden bin. Ich bin schon am Ziel, glaub ich, gleich. Ja, das muss man erst mal rausfinden. Ich hab jetzt mindestens an einem Aktenschrank dran. So, der erste Aktenschrank ist durchsucht. Nicht das, wonach wir suchen. Macht weiter. Gibt wohl noch einen. Der ist weiter unten. Ich find die Anzüge extrem fett gemacht. Weil ich hab hier ziemlich viel platt gemacht. Hier kann eigentlich nicht mehr so viel sein. Ich versuch mal, ob ich oben an den Sniper rankomme. Ja, ich schaff das. Ich kann, ich kann von meiner Seite ankommen. Ja, ich hab ihn. Geh noch ein bisschen langsamer. Kann ich nicht. Nicht mit Shift oder so? Oder? Ach so, ja, Leute. Das hab ich noch nicht versucht. Nee, mit Shift ist Rennen. Ja, Steuerung. Okay. Hier ist aber noch einer irgendwo. Ja, ich seh den. Ich hab ihn markiert. Der ist ganz oben. What? Da, wo Hacken dran steht. Tja, geh ich jetzt hoch und versuch den zu plätten. Nein, nein, warte, warte, warte. Ich komm von meiner Seite dran. Dann guck ich eben in die Steuerung rein, um zu gucken, ob ich irgendwie langsam laufen kann. Kann man eine Röhren dran lang? Ja, kann man. Dreckung, gehen, rennen, feststellen. Nee. Warte, warte, warte. Irgendwie kam ich aber grad von meiner Seite dran. Ah, nee, Moment. Man kommt, man kommt ganz entspannt an den Drang. So, der ist jetzt zu mir gedreht. Bist du aber gesehen worden, ne? Einmal. Ah, nee, Quatsch. Ich seh dich gerade. Nee, nee, ich seh dich nur so gerade. Ey, ich komm, ich könnte auch rankommen. Ist halt nur die Frage, ob der zur Seite guckt, wa? Ja, wir machen jetzt einfach mal Y und halten, äh, beide. Ja, von mir aus. Okay, drei, zwei, eins. Heiß. Du hast, siehst du, du hast den Helm abgeschossen und ich hab ihn abgeknallt. Ich hab auch gedacht, hä, was ist das jetzt? Ich zapfe jetzt ihre Datenleitung an. Ich bin jetzt da am hacken. Ja, komm, lass es das sein. Also, es ist wahrscheinlich jeder Dritte oder so. Ja, klar. Aber, aber, ja, egal. Wie gesagt, ob wir jetzt mal gesehen werden oder nicht. Ich mein, probieren können wir es halt immer. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass die Gegner alle hinter uns herrennen und die ganze Zeit ballern und... Ja, wir haben es ja trotzdem dann... Wir haben ja keinen, sag ich mal, jetzt so richtig nur abgeschossen oder so. Ja, auch seinen Hund. Den haben wir echt getötet wie einen rolligen Hund. So, jetzt ist die Frage, wie kommt man überhaupt da unten runter? Ich hab nämlich keinen Kellereingang oder sowas gesehen. Im Haus? Ne, hier ist ein Luke. Okay. Ja, hier ist noch ein Aktenschrank. Ich muss übrigens in den Leveln mal gucken, ob es irgendwelche sammelbaren Objekte gibt, ne? Ist das vielleicht nur im Singleplayer? Oder gibt es das auch hier? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bin noch hier oben. Ich guck mal. Die Brücke geht auf. Da kommt ein Auto reingefahren. Versteck dich. Komm hier runter. Versteck dich. Ich muss irgendwo anders hin. Alter. Lol. Renn?